Fertig! Ja, Jiii! Gerne, aber klink! Ja, Jiii! Herzlich willkommen bei seit langem wieder mal einem neuen Video von den Savage Bros! Also ja, wir sind am Fest... Kostenlauf Bergfest 2017, verabschiedet von mir ins Dorf. Tschüss zusammen! Ja! Okay. Ja. Ja? Pretty good. Zusammengefasst, oder? Wir sind jetzt am Postenlauf. Das wird eh! Ein kleines Parkour! Wir sind da mit... Familie! Mit Family! Und ich bin Mami! Yeah! Es sind alles Savages in der Familie, Mann! Also, wir sehen uns gleich beim ersten Posten. Die grieße Bräbili! Erste Posten. Und ihr seht... Wieder viel Hemdhelm. Ganze zwei Punkte. Ganz negativ Rekord. Aber... Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Posten. Ja, Jiii! Ja! 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 Wow, wow! Zwei, zwei Einzige sind da drin. Ähm, der Busch ist nicht so gut gelaufen. Wir gehen jetzt zum nächsten. Was ist deine Meinung zum Ganzen? Okay, herrschi! Was ist deine Familie? 13 Punkte? Als Familie gibt es ein hohes High-Five zum Vierten. Ich komme da rauf! Jajit! Jajit! Rekord aufgestellt beim Posten. Uh! Oh! Nee, herrschi! Oh, oh! So, warte, einfach ein Druck. So, Michi. Ich habe es am Ende erwischt. Dann muss ich das verdanken. Das war jetzt ein zweitlegiges Posten. Wir gehen jetzt zum letzten, dann sind wir da unten und ja. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Fertig. Ja, das ist heute der Postenlauf. Ja, egal. Das ist heute der Postenlauf. Ja, der Postenlauf. Das letzte Mal für mich. Niemand will dazuhören. Also ja, das ist gleich vom heutigen Video. Ja, okay, wir machen es dann. Das ist gleich vom heutigen Video. Ich hoffe, wir haben alle Fahnen hinter mir. Wir stehen da. Was für Fans. Was für Fans. Ja, wir sehen uns nachher. Also bis dann. Join the club. Take it easy, bro.